Nicht zu kurz, nicht zu weit. Perfekt. Junge, wie perfekt? Nein, 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 nein. Perfekt, Gilla. Nee, aber er lebt noch. Ich glaube, ich habe die abgehängt. Kann das sein? Oder kommt ihr jetzt gleich hier runtergefahren? Ich glaube, nee, der ist direkt über uns. Was macht denn der jetzt? Der wartet einfach hier. Junge, wieso bleiben die denn da vorne stehen? Was ist mit denen los? Egal, Geländewagen. Auch der sieht nicht besonders gut aus. Egal, erstmal holen wir uns den da. Was? Ich habe ihn nicht zurückgelassen. Oh, Junge, ich dachte schon, die Mission ist vorbei. Die sind weggelaufen, dann kann ich da ja wohl nichts für. Was? Nein, 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 nein. Nicht gut, nicht gut. Absolut nicht gut. Absolut nicht gut. Junge, die Men in Blacks, so sehen die aus oder was mit ihren komischen Kitteln da. Tschüss und weg mit dir. Hier ist noch einer, wo ist der noch? Der letzte. Da, da, na, 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 na. So. Ich habe die nicht. Was? Ich habe die zurück. Die laufen von alleine weg. Was kann ich denn jetzt dafür? Junge, bleibt stehen. Alter. Wieso laufen die weg? Wie dumm sind die? Ganz ehrlich. Was ist denn das für ein Missionsdesign, dass die weglaufen, wenn man die, wenn man aus dem Auto aussteigt? Hallo, ich soll euch fahren und ich darf euch nicht zurücklaufen. Ich bin eure Aufsichtsperson für heute Nacht, hat eure Mama gesagt. Ihr habt das auch unterschrieben. Mann, Mann, Mann. Alter, die laufen ja echt vor mir weg. Was ist da los? Ne, hier sind sie. Hä? Wo sind sie denn jetzt? Junge, bringen sie zurück. Aha. Ja, mit ein paar Waffen. So, Jungs. Ihr kotzt mich ein bisschen an. Erstmal, jetzt muss ich was essen. Oh, erstmal ein Hotdog. Junge. Und nein, ihr Mongos bekommt kein, weil ihr heute nicht lieb wart. So, und eine gute Nachtgeschichte gibt es auch nicht. Es sei denn, ihr seid jetzt besonders liebt. Und gebt ihr die eine Massage und irgendwas. Nein, nicht. Lasst euch nicht noch anfahren. Junge, bist du dumm oder was? Ob du dumm bist, habe ich gefragt. So, wo steigen wir ein? Kann ich jetzt eigentlich in ein Taxi einsteigen? Ich weiß nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal. Genug Plätze sind da ja. So, lange drücken. Rein da. Oh, es geht ja doch. Zielort. Rein da. Sehr feine Sache. Mann, das mag ich jetzt immer. Power, Däner, Taxi, Däner-Style. Power-mäßig. 41 Dollar. Ach, Portokasse. Hinten da. Sehr gut. Think about what I said to you. The over will not be fair. Ja. Okay. I will. Send. Going deep. 71 Prozent. Was haben wir jetzt hier alles nicht geschafft? Missionsergebnisse, bla bla bla. Mischen wir auch nicht hier. Erstmal. Erstmal müssen wir uns jetzt ein passendes Fahrzeug oder an die steigen hier erstmal hin. Aber wartet mal, wartet mal hier. Wir haben, glaube ich, gar keine Aufgabe gerade. Müssen wir jetzt mal wieder aufwarten, bis uns jemand anruft? Nein, na, 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 na. Karte. 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 Hey. Was sind denn das hier für Sachen? Ne. Das hier. Rennen. Das ist Rennen oder was? Ach, Triathlon. Und hier auch Triathlon. Ne, komm, muss ich nicht haben. Erstmal möchte ich, dass mich jemand anruft. Das wäre echt sehr geil. Aber davor hätte ich gerne ein Auto. Nein, nicht. Na, ist das gut? Ne, ich glaube nicht. Oder? Ach komm, nehmen wir es erstmal. Das hat so schöne, so schöne Dachfenster hier. Steig einfach aus und mach das Auto nicht noch kaputt. Das wäre echt gar nicht nett. So. Ach, da ist glaube ich gerade das Bier aufgeleuchtet. Gut, dann fahren wir zurück. Dann fahren wir natürlich zurück. Und den nehmen wir auch nochmal mit. Was, what the fuck are you doing? Ich habe dich sitzen lassen. Mach hier nicht mal so den, 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 äh, 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 den, äh, 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 ich bin sauer oder so. Oh ja. Da bekommt das Wort Luftgitarre eine ganz neue Bedeutung mit der AK. Why not? Welcome. Welcome to the party. I can dance, man, but not with you and him. That's a shame. You dance, Mr. B. Money. Doesn't dance the money. Doesn't dance, my friend. Okay, but you need some work done. Wait, wait. Listen. Ah, this is it. This is it. Hey, can you ask the ape to stop playing for a second? You want, I should stick 50.000 dollar guitar up your ass? Nein. Oh, but I got some friends I can introduce you to. That's how you get your kicks. Oh, funny guy. Alright. Alright. Okay. You have heard about Liberty City. Rampage. Die Wimpel der Unrecht sehen übrigens verdächtig nach Dortmund aus. Also ist er mir schon mal vom Grund auf unsympathisch, Onger. The time for negotiations is over. Do what needs to be done in his boardroom. Send a message. Hey, I ain't a hitman, bro. I mean, I'll fight anyone. Do whatever. But I ain't a contract killer. The officers are in the me-tv-buildings. Yeah, then it will not be easy. You'll have to find someone else, man. I mean, it's not my thing. I ain't qualified for that shit. I'm sorry. I wasn't discussing your career development. I was telling you what to do. Now, fuck off and go. Jetzt wird man nicht so unfreundlich. Mann, Mann, Mann. Schöne Musik, schöne Musik, schöne Musik. Nein, wach, warte ich nicht. Tschüss. Ja, okay, ich warte. Nein, ich lasse dich nicht zurück. Ich fahre dich noch einmal um. So, reicht das? Danke, jetzt steig ein. Einsteigen. Hallo. Jetzt tu mal nicht so. Bist du Cristiano Ronaldo oder was? Einsteigen, Jongen, auf geht's. Ja. Einmal kurz schütteln. So, auf geht's. Oh. Sag das doch gleich. Hubschrauber fliegen. Da bin ich dabei. Daba, ah, 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 ah. Aber bitte fliegen wir jetzt nicht wieder so langweilig hin und her wie vorhin. Da habe ich jetzt ja, da meine Motivation sinkt dann ja natürlich wieder extrem. Aber, aber komm, das passt schon diesmal. Und wir sind irgendwie voll schnell. Kann das sein? Kann das sein? Kommt das sein? Kommt das sein? Nein, glaube ich nicht. Na, anhalten. Ohohohoho. Einmal nochmal eine Ehrenrunde driften. Wir sehen, lalalalala. Guckt her, wie geil ich bin. Fuck you, Junge. Ich habe gar keinen Job, Junge. Dann harz ich halt. Oh, wie ich die Mongos hasse, ja. Überschlag dich nochmal, kannst du es als YouTube wieder irgendwo hochstellen. Kriegst ein paar Klicks und schreibst crazy car accident. Junge. Alter. Überschlägt sie sich erstmal. Ja. Man, man, man. Fick dich, du bist Nadinus. Ich bin ein taubes Nüsschen, yeah. Du bist ein taubes Nüsschen, yeah. Wir sind tauben Nüsschen, yeah. Warum fahrt ihr so verdammt, Crank? I don't get it. Funkstille. Sehr gut. Bin ich dabei. Kein beschissenes Gelaber. Einfach mal Fresse halten. Oh, ja. Wunderschöne Statue, by the way. Not bad. Why not? Why not? Wenn man schön findet, kann man sich natürlich machen. Hallo, wer am längsten kein Wort sagen kann, kennst das Spiel, ne, jetzt muss man auch mal dich dran halten. Warum ist da so verdammt viel Blut? Nur weil ich den da mal so ein bisschen angefahren hab? Mann, 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 was ne Pussy. Ich hoffe, ich kann aus dem Auto hier aussteigen. Aha. Keine Ahnung. Ich lerne keine Fremdsprache. Außer Englisch. Auf, nein! Wenn man sieht, dass ein Auto schnell angefahren kommt, dann fährt man nicht einfach in dessen Spur rein, Jungs. Mann, 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 wann lernt ihr es? Wow. Nein. Das... Junge. Du kannst fahren. Wehe, er steigt jetzt nicht aus. Oh, ich dachte schon, Junge. Dann laufen wir halt den letzten Weg. Oder wir nehmen uns ein Taxi. Ne, hab ich auch keinen Bock drauf. Aber wir hätten uns ein Taxi nehmen sollen. Das ist mal jetzt immer bei den nächsten... Immer wenn man lange fahren muss, nehmen wir jetzt ein Taxi. Ist ja richtig chillig. Aber erst mal mal jemanden umlaufen. Batz. So, da vorne steht ein guter Wagen. Den nehmen wir noch für den letzten Meter allein. What? Der Junge. Fahr mich nicht um. Scheiße. Der Wagen ist weg. Egal. Dann laufen wir halt. Bissens Sport tut ja auch mal gut. Ich sehe schon, den Heli ist jetzt auch nicht mehr so lange. Das Bissens können wir noch gehen. Wobei, sollen wir nicht zum Heli? Oder warum müssen wir nur hier vorne hin zum Eingang vom Helipad? Das wäre jetzt natürlich sehr enttäuschend, wenn ich jetzt nicht fliegen dürfe. Ah. Steige in den Helikopter. Sehr feine Sache. Sehr feine Sache. Einfach mal an der Lein hier durchlaufen. Und rein. Das ist mal wieder ein Heli ohne Waffen. Warum? Ich möchte doch schießen. Und Panzer fahren. Bam. Warte auf Timur. Ne, wir fliegen jetzt los. Komm, steigen Sie ein. Steig. Einsteig. Aha. Ja, wie war es denn das geschafft? Ich weiß nicht. Okay. Wieso denn so hoch wie möglich? Wir können auch Tiefflug machen. Mann, Mann, Mann. Gut, dann fliegen wir halt hoch. Fliegen wir halt durch imaginäre Sterne, die im Himmel kleben. Warum nicht? Okay. Okay. Dankeschön. Was? Okay. Okay. Nö, nö. Das passt schon. Du machst dir keine Sorgen über meine Familie? Nein. 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 Ich give instructions to headset. Ah ja. Ja, wir sind auch alle toughe Guys, harte Guys. Jo, jo, kein Problem. Springe raus. Scheiße, wie mache ich den Fallschirm auf? Wie mache ich den Fallschirm auf? Ich habe es komplett vergessen. Nein, ach jetzt, ach. Aha, ja, ja. Jetzt muss ich erst mal das Gebäude treffen. Ich hoffe, ich schaffe das. Aber doch, sieht gut aus. Oder? Jetzt bin ich mir jetzt gar nicht so ganz sicher. Oh, oh. Eine spannende Sache, werden wir landen oder nicht? Ich weiß es nicht. Nee, lieber noch mal ein bisschen ziehen, jetzt nicht mehr ziehen. Jetzt lieber so, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Doch, doch, nein, nicht zu weit. Nicht zu kurz, nicht zu weit. Perfekt, Junge, wie perfekt? Nein, 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 nein. Perfekt gelandet. Nee, aber er lebt noch. Egal, wir sind gut gelandet. Ja, beobachtet uns. Guck, wie geil ich bin. Guck, wie geil wir sind. Wir sind hier mäßig gelandet. Der Wachdienst ist auch nur so, oh, geil, ne? Wir schenken auch keine Beachtung oder so den Leuten da. Nein, da war niemand. Das war ein Vogel. Dieses Arschloch stirbt jetzt. Okay, oder ihr. What the? Wie viele seid ihr? Und wieso seid ihr so vorbereitet, dass ich hier komme? I'm in. Suche Arsch, Willy. Was für Waffen haben wir jetzt hier alles? Hallo. Ich nehme erst mal Shotgun. Na? Und wir gehen geduckt vorwärts. Tralala. Oh, eine Weste. Oh, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Na? Aufsammeln. Ha. Ha. Mit Fastfall im Leben ist das ja schon mal deutlich einfacher. Das erinnert mich jetzt irgendwie gerade voll an die letzte Mission von GTA mit den Schiebetüren hier. Bam, bam, bam. Falsche Waffe ist viel zu lange Distanz hier. Egal, nebenbei die hier. Komm, na. Da. Das war's mit dir. Ja.